die dhv news vom 28 mai 2021 dhv wahlcheck landtagswahl in sachsen-anhalt tüv nord filmt standardmäßig genitalien bei urinabgabe herzlich willkommen bei den dhv news ich fange an mit zwei bis drei video tipps das eine ist ein neues video auf unserem kanal wo meine antworten auf die fragen von grünen und linken in der letzten anhörung im gesundheitsausschuss des bundestages zusammengeschnitten sind wie wir es immer machen wo meine beiträge sozusagen nochmal extra kommen und bei der gelegenheit ja manche haben sich gewundert und haben gedacht die ganze anhörung wäre nur fünf minuten lang gewesen ja oder wäre überhaupt nur grüne und linke da gewesen aber ist natürlich nicht so die anhörung war eine stunde lang und die anderen parteien waren auch da nur dass eben das ganze video nicht auf unserem kanal gelaufen ist sondern das findet ihr auf bundestag.de die den link findet ihr in der video beschreibung hier zu diesem video und muss ich mal sagen achtung ja die erste halbe stunde da passiert gar nichts da haben die einfach nicht geschnitten sondern haben im prinzip ja die ganze vorgeplänkel da drin gelassen warum auch immer da hört man also nur so ein hintergrund rauschen und ein paar gesprächsfetzen aus den abgeordnetenbüros also die erste halbe stunde müsst ihr euch wirklich nur angucken wenn ihr vielleicht doch noch endlich die weltverschwörung aufdecken wollt oder so oder mal gucken was ihr da so hört aber ansonsten könnt ihr 30 minuten erst reinspringen und dann habt ihr die anhörung ja und ansonsten noch kurz nochmal der hinweis wie letzte woche schon mal berichtet ausführlicher die beiden anträge um die es da ging der linken sind schon abgelehnt worden nämlich da ging es um entkriminalisierung nicht nur von cannabiskonsumenten sondern von drogenkonsumenten allgemein und um drug checking mehr dazu in der ausgabe von letzter woche und dann habe ich noch ein hinweis auf mein insta pläuschken mit dirk heidenblut das ist der drogenpolitische sprecher der spd-bundestagsfraktion und der hatte mich in seinem instagram kanal eingeladen zum pläuschken wie wir in der wähler sagen und ja heidenblut ist und kämpfer für die rechte der cannabiskonsumenten innerhalb der spd und spd fraktion im bundestag und hat ganz schön lange gekämpft bis er jetzt den ersten durchbruch geschafft hat sozusagen natürlich zusammen mit anderen was die programmatik der spd angeht auch dazu siehe die letzten ausgaben was da passiert ist bei der spd auf jeden fall interessantes gespräch fand ich jedenfalls hat auch spaß gemacht wer sich das angucken will der link auch in der video beschreibung und den könnt ihr auch sehen wenn ihr nicht bei insta seid wenn ihr keinen account habt ihr müsst nur gucken wenn ihr am handy gucken wollt ja dass ihr den link in den browser reinwerfen ins internetprogramm und nicht einfach so anklickt weil dann will euer handy euch unbedingt die app andrehen wenn ihr die nicht habt ja guckt ja einfach im internet den selben link an so jetzt geht es los hier mit meinen themen und mit der landtagswahl in sachsen anhalt wir werden immer gefragt so ja was soll ich denn wählen bei der nächsten wahl ich weiß nicht sagt mal eben was ich wählen soll und die standard antwort von uns ist dann immer guckt euch unsere wahl analysen an die wir machen das nämlich schon seit vielen vielen jahren dass wir uns bei jeder landtagswahl bundestagswahl und europawahl genau angucken was die parteien da so machen jetzt eben auch wieder sachsen anhalt hat nächste woche sonntag landtagswahl am 6 juni und wir haben uns wie immer die programme angeschaut die wahlprogramme der parteien haben denen unsere wahlprüfsteine geschickt zum beantworten und haben uns angeguckt was haben denn die einzelnen parteien oder fraktionen dann in dem fall im landtag konkret gemacht haben die waren die aktiv oder haben die ihre position gar nicht vertreten das ergebnis findet ihr auf unserer seite einmal als kurze nachricht aber auch im detail mit den ganzen zitaten aus den programmen und so weiter wer da genauer einsteigen will man muss natürlich sagen bei diesen landtagswahlen die grobe linie weicht selten jetzt ab vom bundestrend der parteien jetzt nicht in großem umfang bei allen parteien oder so ja dass das komplett willkürlich durcheinander gewürfelt ist aber ein paar besonderheiten findet man schon meistens so auch hier aber nicht im negativen bereich sage ich mal ja also cdu und afd ist standard repressive drogenpolitik und die sind nur für handfreunde wählbar die sich selbst ins knie schießen wollen ja aber ansonsten normalerweise nicht wenn ich wer nicht will irgendwie dass die politik einen verfolgt dass man das wählt ja ich wähle selbstverfolgung also wer das nicht tut ja der wählt eben nicht cdu und afd und wer auch nicht will selber nicht konsumiert aber auch nicht will dass seine enkelfreunde sonst wäre irgendwie dumm verfolgt werden von der polizei für nix und wieder nix wählt auch nicht cdu und afd aber dann wird schon komplizierter die fdp zum beispiel steht ja auch auf bundesebene für legalisierung ich nehme an sie haben es klar im wahlprogramm drinstehen letzte woche war es ja noch nicht klar so nach dem komischen theater auf dem parteitag aber in sachsen-anhalt wird das thema im wahlprogramm fast gar nicht erwähnt nur in so einem komischen lapidaren nebensatz kann man erahnen dass die fdp in sachsen-anhalt nicht besonders begeistert ist von der kriminalisierung der cannabis konsumenten weil die polizei hat was anderes zu tun haben sollte eigentlich aber mehr nicht ja da muss man schon in die antworten auf die wahlprüfsteine reingucken die wir denen geschickt haben und da kommt dann raus ja klar sie sind für legalisierung da verraten sind einem dann auf anfrage ein bisschen mau ja können sie auch ins programm schreiben bei der spd umgekehrt da steht tatsächlich ein bekenntnis zur legalisierung im wahlprogramm in sachsen-anhalt über eine bundesratsinitiative in dem fall die sagen sie wollen eine bundesratsinitiative für die legalisierung von cannabis machen insofern klar sie sind klar für legalisierung und das gibt einen pluspunkt weil das ist natürlich bei der spd auf bundesebene nicht so da sind sie ein bisschen zu kurz gesprungen übrigens auch teil meines gesprächs mit türkei blut siehe weiter oben aber die haben es drin stehen ja klar sie wollen legalisieren wollen das über eine bundesratsinitiative erreichen negativer punkt in dem fall einerseits die spd hat da im detail nicht so viel fachwissen auf lager wie grüne und linke das merkt man dann in antworten auf die wahlprüfsteine besonders beim thema führerschein ja wenn man die anspricht auf die diskriminierung von cannabis konsumenten im führerschein recht dann sagen die ja die leute sollen ja nicht bekifft waren also nicht wörtlich aber so gemeint und dann wollen wir lieber bei alkohol auch die den grenzwerten auch verschärfen ja das nüchterne cannabis konsumenten da auch irgendwie führerschein verlieren das haben die gar nicht begriffen ein problem haben sie gemeinsam außerdem noch die sozialdemokraten mit den grünen die waren nämlich in sachsen-anhalt in der letzten legislaturperiode in einer sogenannten kenia ja kenia koalition jamaika habe ich hier stehen stimmt gar nicht kenia mitte cdu also cdu spd grüne und das dadurch haben die natürlich wenig spielraum im landtag durch anfrage und anträge zu zeigen dass sie eben ihr thema ernst nehmen und dass sie da was tun weil sie natürlich dann im koalitionsvertrag nichts vereinbaren konnten keine keine reformen und dann müssen sie beim thema halt die füße still halten während der legislatur und bei den grünen auch noch negativer punkt ja die haben so wahlprüfsteine nicht beantwortet unglaublich sind wir gar nicht gewohnt von grünen keine ahnung was sie da geritten hat ja die dhv wahlprüfsteine nicht beantworten skandal ja das kennen wir sonst nur von den anderen ja fd und so selbst die cdu hat die beantwortet ja aber die grünen nicht naja schade schade damit verspielen sie unnötig punkte weil ansonsten programm ist das schon in ordnung bei den linken passt wiederum alles ja die da die haben gutes programm die haben anständige detaillierte antworten auf die wahlprüfsteine und sie haben natürlich aus der opposition heraus auch eine einfachere lage ja die haben mit etlichen anträgen und anfragen gezeigt eben dass sie da aktiv sind wie gesagt einfach aber nicht unbedingt selbstverständlich ja wir haben dann auch legalize oppositionsfraktionen manchmal die dann trotzdem nichts machen ja obwohl sie eigentlich freie hand haben am ende zählt einfach geht wählen ja geht nicht die repressiven parteien wählen und teilt den parteien kurz eure meinung mit dass ihr reformen in der cannabispolitik haben wollt wo ihr das hin mailen sollt und so weiter die ganzen details auf hanfverband.de das thema urin lässt uns hier nicht in ruhe im moment ja wir hatten ja zuletzt ja ganz intensiv das thema urinkontrollen im straßenverkehr bearbeitet die ja zum teil mitten in der öffentlichkeit stattfinden auf jeden fall unter beobachtung von polizisten und von daher ja peinliche situationen krasse eingriff in die intimsphäre die da regelmäßig tausendfach stattfindet da draußen auf deutschen straßen aber eben nicht nur auf den straßen sondern urinkontrollen werden auch noch bei allen möglichen anderen gelegenheiten gemacht wenn es eben darum geht abstinenz nachzuweisen besonders eben für leute die den führerschein wieder erlangen wollen die den vielleicht wegen cannabis irgendwann verloren haben in den richtlinien dafür steht ganz offiziell dass diese proben unter beobachtung abgegeben werden müssen damit hier nicht durch fremd urin oder kunst urin und irgendwelchen gummigenitalien verfälscht werden können ja die gibt es tatsächlich im zubehörhandel irgendwie solche sachen ab und zu ja was bei sich auch mit eins von tausend oder eins von eine millionen proben so abgegeben werden was sie dann unbedingt verhindern müssen durch diese zuguckerei beim urinieren wird also auch da fleißig gemacht nicht nur im straßenverkehr sondern auch bei dieser mpu mäßigen abstinenz kontrolle und übrigens auch bei frauen ja das wird nicht nur bei männern gemacht und da haben auch kommentare auf unserer seite jetzt wieder im letzten beitrag die eben zeigen wie extrem erniedrigend sich das anfühlt eben auch für frauen wenn sie dann auch von männern dann irgendwie beobachtet werden beim wasser lassen und so unmöglich und da ist jetzt eine neue dimension aufgetaucht in dem ganzen zusammenhang dem tüv nord war die persönliche zuguckerei scheinbar zu pervers und haben die sich ganz schlaubert anderes ausgedacht da gibt es nämlich jetzt eine kamera die männern genau auf den pullermann gerichtet ist ja damit auch ja nicht geschummelt wird und dieses bild von dieser kamera das haben wir von einem betroffenen bekommen der da eben urinprobe abgeben musste und ist da noch nicht mal darauf aufmerksam gemacht worden ja von wegen kameraüberwachung sonst überall wo eine kamera hängt ist ein fettes schild achtung kameraüberwachung da ist aber nicht darauf aufmerksam gemacht worden sondern die wärterin da die hat ihm nur gesagt irgendwie er soll erst anfangen mit der urinabgabe wenn sie an die wand klopft hat er jetzt gar nicht kapiert ja was soll das denn jetzt mit dem wand klopfen und dann hat er die kamera da gesehen ja die genau da irgendwie hin leuchtet also echt krass aber standard ja ist ganz normal da und die aufnahmen dürfen zwar dürfen nicht gespeichert werden ja also man theoretisch muss man jedenfalls nicht damit rechnen hat dann die aufnahmen da von einem selbst beim irgendwie auf irgendwelchen speziellen sparen porno kanälen auftaucht oder so aber ist trotzdem kranker scheiß ja muss auf jeden fall anders geregelt werden die ganze geschichte ja das ist auf dauer kein zustand das ganze und ja noch mal dazu gesagt entsprechende damenkameras mit entsprechend anderer positionierung gibt es nicht ja also die müssen nicht so oft pullern wie die männer scheinbar und frauen bekommen eben bis auf weiteres weiterhin bei auch beim tüv nord dann persönliche aufsicht ich hoffe dass irgendwann wir möglichkeiten finden komplett auf diese ganze urinkontrollen geschichte zu verzichten ja durch andere testmöglichkeiten die insbesondere eben auch zeigen ist jemand wirklich berauscht und nicht nur hat er irgendwann mal cannabis konsumiert gucken wir zum schluss mal kurz nach luxemburg was da los ja aber fragt sich das schon länger noch mal kurzer rückblick nach der wahl 2018 gab es da zum ersten mal eine regierungsmehrheit in europa die für die legalisierung von cannabis ist also komplett durch regulierung sozusagen auch mehr als in holland dann und wo das auch im koalitionsvertrag vereinbart wurde 2018 dann passierte nichts dann ist der gesundheitsminister zurückgetreten der zuständig war dann kam corona und ja da da konnte man schon ein bisschen angst haben ja dass die regierung nicht hinbekommt bis zur nächsten wahl tatsächlich die ganzen nötigen details für so ein gesetz rechtzeitig klar zu haben sich zu einigen und eben gesetz zu verabschieden aber das thema ist nicht komplett unter den tisch gefallen es gab jetzt wieder eine generaldebatte im parlament in luxemburg zu dieser ganzen frage und die regierung hat nochmal bekräftigt dass sie festhält an dem ganzen plan und an den details feilt und da gibt es jetzt auch arbeitsgruppen die sich mit diversen details befassen sieben arbeitsgruppen die im juni wohl auch erste details vorstellen sollen ja zu welchen ergebnissen die gekommen sind zu welche detailregelungen die vorschlagen unter anderem ist ihnen zum beispiel ist aufgefallen dass eine komplette legalisierung von cannabis gegen die internationalen drogenverträge verstößt ja wunder und jetzt mal überlegen müssen wie sie damit umgehen es gibt auch diverse modelle ja ich würde ja vorschlagen sonst machen wie bolivien einmal kurz austreten aus den internationalen verträgen und dann mit der ausnahme cannabis wieder eintreten ja so haben die das in sachen coca blätter gemacht saubere lösungen kann er die ganze sache einfach ignoriert ja die haben wir einfach trotzdem gemacht hier in luxemburg sind weitere variante im gespräch dass man das so eine über eine art modell also legalisierungsversuch macht der rückholbar ist ja der nicht endgültig ist irgendwie da ist immer wieder so komisch so ein bisschen in richtung modellprojekt unterwegs gefällt mir nicht so gut glaube ich auch nicht hat das unbedingt die lösung ist für die internationalen verträge jedenfalls ist das ganze noch in planung die sind am schrauben dran in luxemburg und man kann die hoffnung noch ein bisschen behalten dass die das schaffen vor der nächsten wahl 2023 fünf jahre haben die da zeit bis zur nächsten wahl dass sie es noch machen ja das noch hinkriegen man darf weiter gespannt sein alle daumen drücken hier alle daumen die zugucken bitte einmal gedrückt werden und damit bin ich bei den terminen ganz schnell drei stück der ortsgruppen hamburg trifft sich am ersten juni heidelberg siebter juni noch mal hamburg achter juni und das war's schon mit den terminen leicht dieses video abonniert die glocke drückt den kanal und alles ich wünsche euch noch einen schönen tag und ein großem abend auch ein paar mal auch ein paar mal auch ein paar mal auch ein paar mal ich konnte noch mal so